Herzlich Willkommen zu World of Warships Zufallsgefechten mit Yashio. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ab gehts. Einmal bisschen Lärm machen. So eine komische Knisterflasche mit Sprudelwasser. Wusste ich mal eben kurz das Mikro ausgemacht dafür. Oh, auch nicht schlecht. Ui. War nicht geguckt. Oh, Flugzeugträger ist nicht. Flugzeugträger? Ja. Klar. Ich stehe auf diese Dinger für Flugzeugträger. Überhaupt nicht. Hahaha. So. Get luck and have fun. So, ich gehe mal wieder auf Kurs nach C. Also quasi so ein bisschen an C vorbei. Ja. Oho. 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 Oh, nicht schlecht. Von einem Panzer aus der Luft holen werden. Hat was. Ja gut, wenn du dazu natürlich noch eine VR Brille auf hast, dann äh, nett. Aber ich glaube, das wäre nichts für mich vorher. Äh, ne. Oder vielleicht doch. Weiß ich nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Und vielleicht sollte ich mal... Sollte ich das mal tun? Vielleicht sollte ich mich mal, äh, virtuell in eine virtuelle Realität begeben. Und äh, ich mal ausprobieren. Bei welchem Spiel auch immer. Hm. Ich oder soll ich? Eieiei. So. Ich setze mal Kurs in diese Richtung an der Insel vorbei. Und jetzt. Full Stop. Der will mich mit Torpedos. Der war nicht. Ich mag keine Torpedos. Wo sind die hin? Und Flugzeug entdeckt. Was? So. Wo sind die hin? Boah. Na super. Na gut, 10 Vierer, äh, 10 Vier ist natürlich heftig. Was ist denn? Wie wird der sich da hinten ein? Was hat denn? Eine gegnerische Flotte hier oben. Torpedos direkt voraus. Ja. Torpedos voraus. Die tun wir ja nix. Torpedos direkt voraus. Hm. Ich glaube ich kümmere mich erstmal um den da. Glaube ich gesünder. Erstmal die komische Torpedoschleuder hier weghauen. Das ist glaube ich sinnvoll. So. Wo fließt der hin? Da hin. Gute Nacht. Ich habe mich getroffen. Der Rückwärter, sagen wir es klar. So. Dann machen wir jetzt mal hier. Da bin ich dazwischen. Bin ich dazwischen? So. Der Lack ist weg. Und hier alle von mir. Hm. So. Was haben wir denn hier schönes? 12,4. Zu weit. 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 Ich glaube der Kollege hat es äh. Verschüss. Kann man da auch nicht viel gegen machen. So, der Kreuzer ist drin da. Was? Ob die dran vorbei? Gibt's nicht. Hey, das war mein Lieblingsaschenlöcher, wenn du ihn da getroffen hast. So. Irgendeiner raucht hier stark, und ich bin's nicht. Jo, festgefahren, festgefahren, sobald meine Geschütze wieder da sind. War's das, Mann? Da kommt ein Tod an das Wort. Ui. Doch noch nicht. Doch noch nicht. Ah, siehst du. Hm? Ach so. Wie jetzt? Das meint er wirklich ernst, wa? Erstmal den neuen Kreuzer. Ah, Treffen ist Pflicht, Mann. Treffen ist Pflicht, Mann. Treffen ist Pflicht. Vielleicht mal hier so ein bisschen mein Schiff reparieren. Jo. 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 Ja, ich hab' nicht getroffen, er. Sogar nicht. Der kann nur wohl nicht mal in Wahrstein. Wieder nicht getroffen. Jo. 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 Willst du nicht weg? Jo. Sogar nicht. Dann wollen wir wieder vorwärts fahren, wa? Jo. 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 So, ich hab da noch was für dich. Okay. Das ist die Gebietsgrenze, das ist aber gar nicht mehr so gut. Ähm, ja, wenn ich nicht aufpasse, hab ich gleich Tauchstunde gebucht. Ich hab nicht mehr allzu viel Leben und ich muss zusehen, dass ich mir ein bisschen von dem wegkomme. Zumindest, äh, leicht, dass ich ihm mal so ein bisschen meine schlanke Seite zeige. So. Ich trifft er dann nicht mehr so gut. Hä? Habe ich aber auch nur gehofft. Uh, ha. Okay. Aber, äh, so rein vom Team her sieht das gut aus. Was hab ich denn geschafft? Zwei versenkt. Okay. Immerhin. Immerhin. Wenn einer zwei versenkt, ist das schon mal ein guter Schnitt. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt das ganze Teil angucken. Oder? Mhm. Äh, ja. Aber ich hab zwei Schiffe jetzt, guck mal. Haha. Ich glaub, die anderen beiden sind gleich auch Geschichte, relativ schnell. Oh. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht hin. Wollte den da sinken sehen, komm, da ist, guck mal, da ist jetzt gleich weg, jo, so, eins noch, und das ist da. Der Krieg ist jetzt aber auch von allen Seiten, aber so ist das, wenn man das letzte Schiff ist, dann teilt sich das Feuer nicht mehr wirklich auf, da kriegst du es voll aufs Auge. Ah, der ist weg vom Fenster, der kriegt jetzt den Breitseite Torpedos, oh. Aus nächster Nähe, ey. Nee, trotzdem direkt irgendwie was vom Kopf werfen, den Käpt'n. Auch nicht schießen, kannst du Bierflasche rüberwerfen. Ähm, oder so. Gut, also, ähm, die Teamwertung, in der Teamwertung werde ich wahrscheinlich... Acht? Ehrlich? Lass mal erleben da. Dritter Platz? Hm. Danke fürs Zuschauen, wenn euch das Team gefallen hat, lasst mir doch ein Follower da und ein Like für die YouTube Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann macht's gut. Bye, bye.